So, wir machen pünktlich weiter. Ich sage ja, das ist die große Herausforderung zwischen Präsenz und digital. Diejenigen, die digital teilnehmen, die sind in der Regel etwas pünktlicher, vielleicht wieder am Bildschirm. Vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Ja, für das nun anschließende Gespräch freue ich mich, dass ich den Staffelstab übergeben darf, nämlich an eine Frau, die sich viel besser mit Arbeits- und Sozialrecht auskennt als ich und deshalb prädestiniert ist, dafür diese Runde zu moderieren. Und ich übergebe an Dr. Johanna Wenkebach. Sie haben sie vorhin schon kurz kennengelernt. Sie ist die Direktorin des Hugo Sinsheimer Instituts für Arbeits- und Sozialrecht und eine Juristin und deswegen genau die richtige, um das nächste Panel zu moderieren. Johanna, ich übergebe jetzt ganz offiziell den Staffelstab für die nächste Runde an dich und wir sehen uns dann in dem politischen Panel wieder. Viel Spaß bei deiner Runde. Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr auf meine Runde und habe gesehen, dass diejenigen, die ich jetzt einlade, hochzukommen, auch schon bei vielen Themen mit den Füßen gescharrt haben, die angesprochen worden sind. Als erstes freue ich mich sehr, dass Isabel Hänsel heute hier ist. Dr. Isabel Hänsel ist akademische Mitarbeiterin am Lehrstuhl für bürgerliches Recht, europäisches und deutsches Arbeitsrecht von Dr. Eva Kocher, von Professor Eva Kocher an der Europäischen Universität Viadrina. Und sie ist auch Mitglied in der Kommission für Arbeits- und Wirtschaftsrecht des Deutschen Juristinnenbundes, der ein Konzept entwickelt hat, eine Konzeption für ein Gleichstellungsgesetz in der Privatwirtschaft. Und Isabel hat die herausfordernde Aufgabe, diese Riesenkonzeption jetzt hier in nur ungefähr zehn Minuten darzustellen. Wir haben schon festgestellt, dass uns die Zeit zur Diskussion wahrscheinlich nicht reichen wird, die wir haben, aber wir hoffen, dass wir auf jeden Fall wesentliche Anregungen geben können. Das ist nämlich auch da. Professorin Heide Pfarr, liebe Heide, kommt zu uns. Heide ist als ehemalige Professorin für Arbeitsrecht Vorsitzende der Kommission für Arbeits- und Wirtschaftsrecht des Deutschen Juristinnenbundes, hat also den Entwurf dieser Konzeption geleitet und ist hier, um ihn mit uns zu diskutieren. Und wir freuen uns auch sehr, dass Professorin Katja Newe da ist, die sich eben auch schon rege an der Diskussion beteiligt hat. Sie ist Professorin für Bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und das Recht der sozialen Sicherheit an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Und sie ist Mitglied der Sachverständigenkommission für den dritten Gleichstellungsbericht und wird heute das aus ihrer Perspektive kommentieren, was im DJB entwickelt worden ist. Und ich würde jetzt, um die kurze Zeit gut zu nutzen, gleich an Isabel das Wort erteilen. Vielen Dank, Johanna. Ich freue mich, dass ich heute den Gesetzesvorschlag des DJB, konkreter der Kommission Arbeits-, Wirtschafts- und Gleichstellungsrecht, geleitet von Heide Pfarr, vorstellen darf. Nachdem heute auch schon von dem System betrieb, das hat mir sehr gut gefallen, die Rede war, können wir daran gut anknüpfen. Ich glaube, wir haben auskandelt, ich habe eine Viertelstunde Zeit von daher. Stimmt, habe ich dir fünf wichtige Minuten gestohlen. Das Heilchen um die Minuten hat begonnen. Genau, und ich werde gleich starten, um Ihnen dieses komplexe, doch in der Langfassung über 50-seitige Dokument vorzustellen. Am Ende finden Sie auch noch einen Link dazu, wo Sie das direkt einsehen können. Angetrieben ist die Konzeption eines Gleichstellungsgesetzes für die Privatwirtschaft von der Erkenntnis, dass das verfassungsrechtliche Gleichstellungsgebot auch nach 60 Jahren nicht verwirklicht ist. Dass dringende Handlungsbedarf besteht, zeigen gerade im europäischen Vergleich eine Vielzahl von Indikatoren, von denen wir heute auch schon gehört haben, sodass ich mir das sparen kann. Und mit dem durch Globalisierung und Digitalisierung hervorgerufenen Standort und Flexibilitätsdruck vertiefen sich diese Diskriminierungsstrukturen noch. Dabei muss Gleichstellung in der Privatwirtschaft nicht nur Wahlfreiheit, auch das haben wir heute schon gehört, sondern tiefergehend gleiche Verwirklichungschancen sichern. Auch so garantieren, damit alle Beschäftigte ihre Existenz eigenständig sichern können und wirtschaftlich unabhängig sind. Und auch mitnehmender Erwerbsarbeit zur erbringenden Sorgearbeit. Dies muss für alle Geschlechter die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit von Lebensrealitäten und die zahlreichen Modelle der Lebensgestaltung gleichermaßen gelten. Geschlecht erschöpft sich nicht in der sozial gemachten Kategorie männlich-weiblich, genau wie sich Gleichstellungspolitik, auch das haben wir heute schon gehört, nicht auf die gut ausgebildete, junge, gesunde, weiße Frau beschränken darf. Ein intersektionaler und nicht-binärer Blick auf Geschlecht ist dann zwingend notwendig. Es lässt sich festhalten, dass sich die Rahmenbedingungen für Gleichstellungspolitik grundlegend verändert haben und noch herausfordernder geworden sind. Aber die bisherigen Instrumente, die rechtlichen Instrumente, scheinen zu versagen. Das geltende auf Individualrecht basierende Antidiskriminierungsrecht kann dem nur wenig entgegengesetzen, weil seine gerichtliche Geltendmachung zu voraussetzungsreich ist und den Diskriminierten selbst aufgebürdet wird. Zudem bleibt der Schutz nachträglich und nur punktuell. Genauso versagen auf Freiwilligkeit basierende Gestaltungsaufforderungen an Unternehmen, die Vertrauen in den Markt setzen. Sie sind meist wirkungslos geblieben oder als PR-Maßnahmen verpufft. Auch regulatives Gesetzesrecht greift regelmäßig und notwendigerweise zu kurz. Ein allgemeines Gesetz ist zu starr und kann die Vielzahl betrieblicher Organisationen von kleinen und mittelständigen Unternehmen bis hin zu großen Plattformgiganten, die Vielzahl der Branchen und Unternehmen mit ihren unterschiedlichen regelmäßig verdeckten Diskriminierungsstrukturen nicht in einer allgemeingültigen Regel abbilden. Der begrenzte Anwendungs- und Wirkungsbereich des Führungspositionengesetz zeigt dies. Aber wie kann dann Gleichstellung durch Recht hergestellt werden? Wie schaffen wir passgenaue, verbindliche und durchsetzungskräftige, umfassende Lösungen im Sinne eines bedürfnisorientierten Arbeitsrechts? Also solche, die den Interessen und Verwirklichungschancen von allen Frauen, auf allen Arbeitsplätzen und in allen Beschäftigungsbereichen Rechnung tragen. Nach dem Maxim des Bundesverfassungsgerichts effektive Regelungen zu schaffen, ist es unverzichtbar, hier rechtlich auszugestalten. Der Gesetzgeber ist also dringend und zwingend aufgefördert, auch kreative Lösungen zu suchen. In diesem Sinn geht die Konzeption davon aus, dass es einer prozeduralen, überwiegend kollektivrechtlichen Ausgestaltung der derzeitigen Rechtslage bedarf. Sie wählt daher einen ganzheitlichen Präventionsansatz, der mit kontinuierlich langfristigen Strategien die Strukturen und Entscheidungen in Unternehmen derart verändert, dass eine geschlechtergerechte Unternehmenskultur denkbar wird. Dabei setzt sie nicht auf Freiwilligkeit, wie vorherige Regelungen, sondern fordert eine Verpflichtungsstruktur zur Umsetzung der materiellen Rechtslage. Die Konzeption formuliert im Sinne des Modells regulierter Selbstregulierung einen umfassenden und verpflichtenden Gestaltungsaufrag derjenigen AkteurInnen, die direkt an den Beschäftigten dran sind, also die auch gestalten können. Unternehmen, Führungskräfte, ArbeitnehmerInnen und ihre InteressenvertreterInnen sollen selbst verbindlich entscheiden und aushandeln, also selbst regulieren, welche Gleichstellungsmaßnahmen im konkreten Unternehmen möglich, realisierbar und notwendig sind. Auf diese Weise von AkteurInnen getragene Lösungen versprechen eine besondere Rechtssicherheit und Effizienz. In besonderer Weise wird die freie Gestaltung aber, und das ist das Neue, mit einer Verpflichtung auf die Umsetzung verknüpft, indem der Selbstregulierung ein konkreter und verbindlicher Rechtsrahmen bestehend aus gesetzlichen Verfahrensvorgaben, konkreten Handlungszielen, Handlungspflichten, Handlungsfeldern sowie Zuständigkeiten vorgegeben wird. Festgelegt werden also mit Blick auf die nach wie vor bestehenden Ungleichgewichtslagen vier Handlungsfelder und ihre Zusammenhänge. Das sind Personalstruktur und Personalentwicklung, weil die gängige Personalpolitik auf Kosten und Homogenität ausgerichtet ist, nach wie vor, und zu unausgewogenen Personalstrukturen führt, die sich über männliche Spielregeln fortlaufend weiter verfestigen. Das ist Entgelt, weil die gesellschaftliche Wirklichkeit hier im krassen Gegensatz zur rechtlichen Lage steht und es enorme Durchsetzungsdefizite gibt. Das ist Arbeitsgestaltung und Gesundheitsschutz, weil überproportional Frauen von nachteiligen Arbeitsbedingungen betroffen sind und sich das in hohen Zugangshürden niederschlägt. Und das ist Arbeitszeit und Sorgearbeit, weil die Flexibilitätsbedürfnisse der Beschäftigten nach wie vor nur unzureichend berücksichtigt werden und die ungerechte Verteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit, Verwirklichungschancen von Frauen einschränkt. In allen Handlungsfeldern entsteht Erfassungs-, Planungs- und Umsetzungsbedarf, wobei Gleichstellungsmaßnahmen sehr unterschiedlich aussehen können und müssen. Der Grundsatz der eigenverantwortlichen Ausgestaltung durch die Unternehmen gilt mit Blick auf die Wirksamkeit und die bisherigen gleichstellungspolitischen Erfahrungen und Entwicklungen mit Einschränkungen. Wo sich Selbstregulierungsansätze in der Vergangenheit als ineffektiv erwiesen haben, wie im Bereich Personalgewinnung, Stichwort Führungspositiongesetz, entstehen konkretere Handlungspflichten. Und weiterhin gilt, dass für kleine und mittlere Unternehmen die sogenannten KMUs, Sonderregelungen, nötig sind, um die angestrebte Passgenauigkeit auch tatsächlich sicherzustellen. Die Prozeduralisierung des Prinzips der regulierten Selbstregulierung führt zu folgenden betrieblichen Stufen, auf denen jeweils nach der Methode des Gender-Mainstreaming die Geschlechterperspektive maßgeblich zu sein hat. Zunächst muss eine verfahrensrechtlich vorgegebene, zur Erfassung aus struktureller Diskriminierung geeignete und geschlechtergerecht ausgestaltete Bestandsaufnahme der Beschäftigungsstrukturen erfolgen und jährlich fortgeschrieben werden. Bezüglich KMUs ist es angezeigt, die systematische Bestandsaufnahme zu vereinfachen, etwa indem digitale Tools zur Verfügung gestellt werden, zertifizierte Tools natürlich, Checklisten, Meldeportale. Gerade hier zeigen sich auch die Chancen der Digitalisierung, was uns wichtig ist zu betonen. Die Bestandsaufnahme ermöglicht eine unternehmensspezifische Analyse der Erfassungsdaten mit dem Anknüpfungspunkt Geschlechterverhältnis. Ergibt die Bestandsaufnahme ein unausgeglichenes Geschlechterverhältnis? So gilt das als Indiz dafür, dass es Diskriminierungsstrukturen im Unternehmen gibt. Die Analyse hinterfragt dann die Gründe für das unausgeglichene Geschlechterverhältnis, um diese Strukturen aufzudecken. Dazu müssen die einzelnen Handlungsfelder getrennt analysiert werden, aber auch in ihrem Zusammenwirken. Auf der Grundlage dieser Analysen haben die Unternehmen dann betriebsspezifische, also eigene, bindende Gleichstellungsstrategien zu entwickeln. Für alle Handlungsfelder haben aber auch ihre Zusammenhänge untereinander, sind Ziele für einen Zeitraum von drei Jahren festzusetzen und plausibel darzulegen, wie, mit welchen Mitteln, durch wen und wann die Handlungsziele erreicht werden sollen. Realistische, auf Fakten begründende Etappenziele müssen auch möglich sein. In der Umsetzungsphase gilt ein internes Monitoring oder Maßnahmen eines Gender Compliance Managements als notwendig. Verantwortlich für die Umsetzung sind also die Unternehmen selbst und die Kollektivakteuren in den Betrieben, also diejenigen, die Arbeitsbeziehungen gestalten können. Die Erfahrung belegt, dass die Spitze der Unternehmen selbst für die Entwicklung zuständig sein muss und entsprechend tätig werden und motivieren muss. Dieser Top-Down-Ansatz gilt selbstverständlich unter Beachtung einer oder starker Mitbestimmungsrechte. Die Tarifvertrags- und Betriebsparteien spielen eine entscheidende Rolle, da sie die horizontale Prozesse vor allen Dingen voranbringen müssen, indem sie zum einen die Dringlichkeit der Veränderung anmahnen, Handlungs- und Verhandlungsdruck erhöhen, mit ihren rechtlichen Mitteln durchsetzen und Konflikte mit Tarifregelungen beheben. Dazu müssen nicht nur ihre Rechte erweitert werden, sondern die Kollektivakteuren selbst sind aufgefordert, sich hinreichend zu sensibilisieren und eigene Gleichstellungsstrategien zu entwickeln, um dem auch was entgegensetzen zu können. In einem Modell regulierte Selbstregulierung, das anstatt auf Freiwilligkeit auf Verbindlichkeit setzt, muss neben die Umsetzung eine starke Durchsetzungsebene treten. Wie also können Unternehmen zur Umsetzung der selbst auferlegten Handlungspflichten gebracht werden? Die Konzeption sieht in Kombination gesellschaftlicher und staatlicher Kompetenzen unter Einbindung von Kollektivakteuren mehrere Stoßrichtungen vor. Weil oberstes Ziel der Konzeption die Veränderung der Unternehmenskultur ist, also nachhaltig, muss die Aktivierung der Selbstgestaltung, also der Selbstregulierung, noch vor Sanktionen stehen. Dazu ist zweierlei vorgesehen. Zunächst die Unterstützung der Umsetzung durch den Auf- und Ausbau gesellschaftlicher wie auch wirtschaftsnahe Strukturen. Für KMUs ist dies mangels Kollektivstrukturen besonders wichtig. Bestehende Institutionen wie die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, auch die Bundesstiftung Gleichstellung oder das Netz der Antidiskriminierungsstellen der Länder können hier übergreifend tätig werden, etwa indem sie anwendungsgerechte, vor allem digitale zertifizierte Tools zur Datengenerierung, aber auch zur Analyse und Evaluation zur Verfügung stellen. Sie können Best-Practice-Beispiele geben und vor allen Dingen Wissen und spezielle Gender-Kompetenz schulen. Daneben hätten regionale und lokale Institutionen wie Gleichstellungsstellen und kommunale Frauenbüros die Möglichkeit, direkt vor Ort zu wirken, in die Firmen zu gehen oder in die Unternehmen zu gehen. Denkbar ist auch, dass Kammern, Innungen oder regionale Untergliederungen von Wirtschaftsverbänden, in denen KMUs organisiert sind, stärker eingebunden werden. Neben der Unterstützung können Anreize wie positive Reaktionen auf die Umsetzung hinwirken, indem sie die Unternehmen belohnen, die sich rechtstreu verhalten und Umsetzungserfolge vorweisen können. Erfolgsversprechend scheinen hier vor allem steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Erleichterungen, Auditierungen, Zertifikate, die Unternehmen ausweisen, sowie privilegierte Zugänge zu öffentlichen Aufträgen und Beihilfen. Es bedarf aber auch stärkere Einwirkungsmöglichkeiten, die geeignet sind, nicht nur indirekt Druck aufzubauen. Die Gleichstellungspolitiken für die Privatwirtschaft in anderen Ländern, die mit ihren Regulierungsvorstößen teilweise schon viel weiter sind als Deutschland, zeigen, dass allzu softe Mechanismen, etwa Blame and Shame, wirkungslos bleiben, solange sie alleine stehen. Denn das bloße Sichtbarmachen von Gleichstellungsdefiziten führt eben nicht zu einer Änderung des Bewusstseins. Und Schäden lassen sich allzu leicht einpreisen. Positive Beispiele sind dagegen Regelungsinitiativen, etwa in Frankreich, Norwegen, Island, auch Kanada, die auf Regulierungsdruck von außen setzen. Auch in nationalen Ansätzen regulativer Selbstregulierung findet man durchaus schon solche Elemente, etwa zum Beispiel in dem Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten in Lieferketten oder im Netzwerkdurchsetzungsgesetz, dass die ähnlich funktionieren. Also auch hier auf eine Fremdkontrolle horizontaler Regulierung setzen. Ausgehend von diesen bisherigen Erfahrungen anderer Regelungssysteme benennt die Konzeption Kriterien und zeigt das Handlungsspektrum zur Durchsetzung auf. Zentrales Durchsetzungskriterium ist danach die Schaffung von Transparenz, damit die den Unternehmen auferlegte Selbstkontrolle von außen fortlaufend durch eine Fremdkontrolle gesichert werden kann. Zunächst ist die eigenverantwortliche Umsetzung durch die Unternehmen durch ein Gleichstellungsmonitoring zu begleiten und zu sichern. Die Veränderungsprozesse in Unternehmen müssen sichtbar gemacht werden. Mit Blick auf andere europäische Regelungsvorbilder haben auch wir Berichtspflichten daher an den Anfang gesetzt. Unternehmensintern erhobene Daten über den Stand der Gleichstellung und der Unternehmenspolitiken sollen öffentlich zugänglich gemacht werden. Auditsysteme, Zertifizierung und Beglaubigung der Daten müssen deren Richtigkeit gewähren. Formalisierung und Digitalisierung können dazu führen, dass eine breitere Erfassbarkeit von Daten hergestellt wird, auch eine Vergleichbarkeit. Die Berichte dienen als Grundlage für weitere Überprüfungs- und Einwirkungsmöglichkeiten, sind also nicht der Endpunkt. Dazu haben die Berichte an externe staatliche bzw. staatlich zertifizierte Institutionen zugehen und die Abgabe muss verpflichtend strafbewehrt und einklagbar sein. Werden Defizite in der Selbstkontrolle, also Umsetzungsversagen festgestellt, muss über empfindliche Sanktionen wie Bußgelder und staatliche Ordnungsmaßnahmen wie Strafanzeigendruck ausgeübt werden, damit diese intern wieder zum Laufen gebracht werden. Von vornherein als sogenannte letzte Mittel angedroht können sie zu Verhaltensänderungen führen. Zwei Wege der Durchsetzung der Sanktionen sieht die Konzeption daher vor. Zum einen den Ausbau des kollektiven Rechtsschutzes, also unabhängig von individueller Betroffenheit, müssen zivilgesellschaftliche AkteurInnen wie anerkannte Antidiskriminierungsverbände, zu denen auch Gewerkschaften gehören, mit Verbandsklagebefugnissen ausgestattet werden und vor den Arbeitsgerichten klagen können. Gerichte können so Bußgeldbewert die Umsetzungsdefizite und Pflichten feststellen. Und zum anderen können Sanktionen auch direkt durch kontrollierende AkteurInnen verhängt werden. Wie es einige Länder bereits vormachen sollten, unabhängige staatliche Kommissionen errichtet werden beziehungsweise bestehende ausgestattet und ermächtigt werden vor allen Dingen. Dazu eigene Überprüfungen durchzuführen, Abhilfe aufzufordern, konkrete Handlungspflichten auszusprechen und Sanktionen auszusprechen. Vor allem dann, wenn es in den Berichten Anhaltspunkte gibt. Auch dafür bieten sich wiederum die Antidiskriminierungsstellen der Länder an. Geprüft werden sollte aber auch, ob privatwirtschaftlich tätig werdende Unternehmen durch Auditierung und Zertifizierung hier ermächtigt werden könnten. Der gesamte Prozess der Herstellung einer geschlechtergerechten Unternehmenskultur von der Aufdeckung der Diskriminierungslagen über die Festlegung der Gleichstellungsstrategien bis zur Durchsetzung ist ein Projekt, für das ein langer Atem und viele Schritte nötig sind. Zielt es doch auf nicht weniger als ein Wandel im unternehmerischen Selbstverständnis. Die Änderung der Narrative bis hin zur Änderung der Strukturen müssen langfristig gedacht, aber dringend angefangen werden. Die in der Konzeption formulierten Analysen und Handlungshinweise bieten die Grundlage für gesetzliche sogenannte erste Schritte, untergesetzliche Regulierung und eigenständige entsprechende Unternehmenspolitik. Und sie ermöglichen auch die Formulierung ganz konkreter rechtspolitischer Forderungen in der gleichstellungspolitischen Lobbyarbeit. AdressatInnen sind daher neben dem Gesetzgeber und den Regierungen gleichermaßen Tarifparteien, Unternehmen, Gewerkschaften, Verbände, insbesondere der Wirtschaft, Frauenverbände und Parteien. Mit der Konzeption haben Sie etwas an der Hand. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ganz herzlichen Dank, Isabel. Das war ein Ritt durch eine wirklich spannende Konzeption und hier steht der Link für alle, die nochmal nachlesen wollen. Es gibt eine Langfassung und eine Kurzfassung für jeden und jede ist was dabei. Wir haben übrigens entschieden, dass wir uns so, wie wir es auch im wirklich wahren Leben tun, auf diesem Podium duzen, weil wir es anders gar nicht hinkriegen würden. Und deswegen würde ich jetzt dir, liebe Katja, das Wort geben, dass du aus Sicht einer Arbeitsrechtsprofessoren, die sich viel mit Gleichstellungsfragen befasst, kommentierst, was du von diesem Vorschlag aus dem DÖTB hältst. Genau. Vielen Dank für die Gelegenheit. Vielen Dank auch nochmal, Isabel, für das echt fulminante Präsentieren hier eures auch fulminanten Konzeptes. Um es vorwegzunehmen, ich finde es stark, längst überfällig, dass der Gesetzgeber es umsetzt und denke, also ich bin froh, dass Heide sich immer noch der Sache annimmt, denn wir sind uns schon 2006 bei der Hans-Böckler-Stiftung, ich noch im Nachwuchskolloquium begegnet, da hast du schon mal Werbung genau für so ein Konzept gemacht und ich fand das damals schon einleuchtend. Und was ich auch dazu lerne, wir Frauen dürfen uns nicht unterkriegen lassen, auch wenn es lange dauert, lange währt und wir nur mit kleinen Schritten vorankommen. Aber mal schauen, vielleicht geht es ja diesmal etwas schneller mit dem neuen Gesetzgeber. Ich will vier Schlaglichter aufmachen. Ich glaube, das Konzept, was ihr präsentiert, ist insofern neu, weil es die Gleichstellung in der Privatwirtschaft betrifft. Das ist Pionierarbeit, das ist innovativ, das ist stark. Es ist aber insofern dann wiederum auch nicht neu und das ist wiederum auch das Gute an dem Konzept, weil es sich in Prozesse einfügt oder genauso wie prozesshafte Managementmodelle in anderen Bereichen genauso aufgestellt ist. Ich nehme mal Stichworte, die hier bestimmt im Raum und auch bei den ZuhörerInnen vielen bekannt sind, zum Beispiel präventive Gesundheits- oder Arbeitsschutzpolitik im Betrieb, die folgt letztlich einem ähnlichen Kreislauf. Analyse, Bestandsaufnahme, schauen, wo sind Defizite, wo sind gelingende Faktoren, nachsteuern und immer auch die Frage, wer kontrolliert von außen. Denn das ist das Schöne, was ihr aufgezeigt habt. Es geht nicht nur ums Individuum, also die im Einzelnen betroffene Frau und um den Staat, sondern mit denen alleine würde es weiter nicht gelingen. Wir brauchen ganz viele. Wir haben also den betrieblichen Gesundheitsschutz. Das zweite Stichwort, das betriebliche Eingliederungsmanagement folgt denselben Gestaltungs-, Beobachtungsprozessen und da werde ich nachher auch noch mal kurz drauf kommen, auch Anreizsystemen. Wer könnte Anreize von außen setzen? Und wo wir auch ganz viel von lernen können aus dem Bereich Gleichstellung ist der Bereich Inklusion. Also alles, was wir im Moment mit der Implementation der UN-Behindertenrechtskonvention bei uns sowohl in der gesellschaftlichen Wirklichkeit als auch in den Betrieben beobachten, folgt denselben, wenn es gut gemacht wird, denselben Mustern. Von daher, und das finde ich ist auch immer eine wichtige Botschaft, dass wir uns alle nicht zusätzlich Stress machen, sondern sagen, wir müssen gar nicht neu lernen systemisch. Diese Systeme sind auch an anderer Stelle für andere politische Ziele schon etabliert. Sie müssen nur umgesetzt werden. Warum ist es so wichtig, genau einem solchen Konzept auch mit dem Rückenwind des Gesetzgebers das in die Wirklichkeit zu setzen, weil wir noch so viele Stellen haben, wo es einfach nicht systemisch mitgedacht wird, was alles an Geschlechtergleichstellungsdefiziten vorhanden ist. Und ich will mal kurz drei Beispiele, die nicht so häufig in der Diskussion genannt werden, die mal kurz anbringen. Sozialplangestaltung. Sozialpläne, da steckt richtig viel Finanzvolumen drin, wenn es sozusagen um Abfindung oder Überleitung geht. Es steckt aber auch ganz viel Gestaltung, Gestaltungspotenzial drin. Wenn man dort nicht genau schaut, wer wird durch Sozialpläne mitgedacht, wer wird adressiert, wer wird mit welchen Leistungen mitgedacht, dann können ganz schnell Minderheiten hinten runterfallen. Ein klassisches Beispiel, die Schwerbehinderten, an die denkt meist nie jemand, da haben wir jetzt durch den EuGH Rückenwind. Das betrifft aber genauso gut befristet Beschäftigte, was häufig auch Frauen sind. Da nimmt man einfach an, die müssen durch Sozialplanleistungen nicht abgedeckt werden. Hat Eva Kocher auch schon viel zugearbeitet, ist eine Gruppe. Massenentlassung. Wenn wir bei Massenentlassungen zum Beispiel Sonderkündigungsschutz haben, dann muss erst das Bundesverfassungsgericht, dem Bundesarbeitsgericht vor wenigen Jahren sagen, ihr müsst natürlich auch die mit Sonderkündigungsschutz beim Zählen von Massenentlassungsbetroffenen, da müsst ihr die erst recht mit berücksichtigen und können nicht sagen, das ist so eine andere Kategorie, die ist besonders schutzbedürftig. Dritte Gruppe, Teilzeit. Wir haben im Moment eine aktive Rechtsprechung, wo es darum geht, sind auch Menschen, die in Teilzeit sind, das sind überwiegend Frauen, bekommen die ab der Stunde, die sie über ihren individuellen Arbeitszeitkorridor mehr Arbeit leisten, bekommen die da Überstundenvergütung. Das macht ganz viel vom Gender Pay Gap aus. Das fragt jetzt gerade nochmal das Bundesarbeitsgericht beim Europäischen Gerichtshof an. Wir können nur hoffen, dass der Europäische Gerichtshof Gender Mainstreaming versteht und eine entsprechende Antwort gibt. Das sind nochmal drei Beispiele, die zeigen, wie viel von eurem Konzept sozusagen, wenn es denn gesetzlich verankert wird, hoffentlich auch zu Schub in der Privatwirtschaft führen wird, weil noch so viel in der Breite an, ich sage einfach mal, fehlendem Wissen, fehlender Sensibilität, fehlender Reflexionsperspektive vorhanden ist. Und damit will ich zum dritten Punkt kommen, habe ich noch zwei Minuten, Johanna, zwei Minuten. Personalplanung. Das habe ich im Sachverständigenbeirat hier für den dritten Gleichstellungsbericht ganz viel gelernt, auch im interdisziplinären Diskurs. Das, was im Betriebsverfassungsgesetz schon steht, und teilweise stehen manche Sachen schon drin, die Akteure wissen es nur nicht, was alles steht, das muss für die digitale Transformation, die heute schon so oft benannt worden ist, muss mit bedacht werden, Paragraph 92, 92a Betriebsverfassungsgesetz. Und es braucht schärfere Zähne. Es muss echt endlich eine Tigerin werden oder Tiger, falls man das besser versteht. Und dann muss das Ganze quasi auch am Ende auch von der Rechtsprechung berücksichtigt werden. Also wir brauchen bei den Akteurinnen, die von dir hier schon so viele genannt worden sind, wir brauchen am Ende auch die Richterinnen und Richter, die dieses Gesetz auch in der Endkonsequenz entsprechend noch auslegen. Rechtzeitige Information und die entsprechenden Instrumente, wie die Betriebsräte bei der Personalplanung hier zum Beispiel, nicht hinreichend mit einbezogen werden. Und vielleicht noch der letzte Punkt, wo ich auch ganz mit euch übereinstimme. Die Sanktionierung sollte auf letzter Stufe aber trotzdem ein ganz wichtiges Element sein. Der individuelle Rechtsgüterschutz, die Individualklage ist völlig unzureichend. Wir haben zu wenig Klagen fundiert, also basierend auf dem AGG, auf Verstößen gegen die Gleichstellungspflichten. Und wir sehen das jetzt zum Beispiel, um die Parallele auch zum Arbeits- und Gesundheitsschutz zu machen, zum betrieblichen Eingliederungsmanagement. Dort, wo dem Arbeitgeber nicht wirklich was droht, duckt sich der, der handlungsunwillig ist, zurück und der verdirbt den Wettbewerb. Das ist auch das Problem. Wir müssen auch die stabilisieren, die vorangehen wollen, damit die im Wettbewerb nicht das Nachsehen haben. Und ich denke, hier sind auch nochmal die Behörden, die Aufsichtsbehörden, wie auch die Sozialleistungsträger, die Bundesagentur, die zahlt aus ihrem Topf finanzielle Mittel, zum Beispiel für Weiterbildungsangebote nach dem Sozialgesetzbuch Römisch 3 und die kann mehr zahlen, wenn sie sieht, hier funktioniert Gleichstellung planmäßig, dann gibt es vielleicht einen Bonus und mit solchen Boni, auch durch Sozialleistungsträger kann man solche Konzepte, wenn sie praktiziert werden, Schritt für Schritt auch gut unterstützen. Das ist alles in eurem Modell angelegt. Herzlichen Dank für diese Einschätzung, Katja. Und ich finde es interessant, du hast jetzt nochmal weitere Handlungsfelder aufgemacht, wobei ja die Handlungsfelder, die du benannt hast, sich auch überschneiden mit dem, was vorher schon diskutiert wurde, was, finde ich, zu dem Konzept oder für die Konzeption spricht. Und ich finde den Aspekt der Sozialpläne, den du genannt hast, sehr wichtig, weil ein Stichwort, was heute, glaube ich, noch nicht gefallen ist, ist die ökologische Transformation der Wirtschaft, Transformation, das sind Digitalisierungsprozesse, die diskutiert werden, aber eben auch das. Und da werden wir auch über massive Umverteilung, Arbeit wird verloren gegangen, Menschen müssen anders qualifiziert werden. Und wenn auch bei diesen Prozessen nicht Gleichstellung in den Blick genommen wird und es Konzepte von Anfang an dafür gibt, sehe ich da auch Risiken. Heide, jetzt ist es ja so, dass all diese Handlungsfelder, da gibt es ja schon Gesetze. Wir haben ein Entgelttransparenzgesetz, kein Entgeltgleichheitsgesetz. Wir haben eine Brückenteilzeit im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Es gibt überall so kleine Hebelchen, die so ein bisschen schrauben und auch der DJB, genauso wie der DJB, wie der DGB und die Einzelgewerkschaften kommentieren die Lücken und Fehler, die diese Gesetze haben und weil sie unzureichend sind. Ihr habt nun aber diesen großen Wurf, sage ich mal, gemacht. Was ist jetzt nochmal mit deinen Worten daran besser, als die vielen kleinen Schräubchen, die schon im System sind, irgendwie nochmal enger zu ziehen? Katja hat ja schon gesagt, dass alle diese Gesetze, die du jetzt genannt hast, den individuellen Ansatz nicht verlassen. Das heißt, diejenigen, die am schwächsten sind, nämlich die Diskriminierten, die sollen durchsetzen, ihr eigenes Recht und möglicherweise, vielleicht für die anderen auch, aber das ist nur eine Hoffnung. Unser Ansatz sagt, nee, das müssen nicht die Einzelnen tun. Vielmehr verpflichten wir die Unternehmen, dass sie handeln, nämlich mal Arbeitszeit. Da muss eben nicht die einzelne Beschäftigte darum bitten, dass sie ihre Arbeitszeit, ihren Bedürfnissen anpassen darf, möglicherweise auch nach oben anpassen darf. Und vielleicht unterstützt sie der Betriebsrat, vielleicht sind auch Betriebsvereinbarungen oder tarifliche Regelungen da, die sie unterstützen. Aber immer muss sie alleine auftreten. Wir hingegen wollen, dass der Gesetzgeber die Unternehmen verpflichtet, Wahlarbeitszeitkonzepte zu entwickeln, also Optionen zur Verfügung zu stellen. Und zwar, ganz wichtig, sie müssen so viel machen wie möglich und müssen nicht mehr machen als möglich, aber zu sagen, ach nö, ich habe lieber die Leute hier oder ich finde es so schön, wenn alle morgens um sechs kommen, das sind alles keine Argumente mehr, sondern es muss erhoben werden, was ist in diesem spezifischen Betrieb nach den Arbeitsabläufen, die wirklich zwingend sind, möglich. Und alles, was möglich ist, muss zur Verfügung als Option zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, Beschäftigte können sich einfach auf die Optionen berufen, die müssen nicht bitten. Und wir hoffen immer noch, dass vielleicht da auch manchmal ein männlicher Beschäftigter sich nicht dahinter verstecken kann, dass er sagt, ach, ich will den Konflikt nicht wagen und ich jetzt da hingehe und seine Partnerin sagt, ich habe gelesen, ihr habt diese Optionen und die nimmst du jetzt, basta, also hoffen wir, um die bei ihrer verbalen Aufgeschlossenheit und gegebenen Verhaltensstarre mal wieder rausholt. Wichtig ist uns bei diesen Konzeptionen, die da entwickelt werden müssen, dass die Nebeneffekte mit bedacht werden. Zum Beispiel, wenn da reduziert wird, wie wird denn dann der verbliebene Arbeitsvolumen verteilt? Einfach soll sie in der wenigen Zeit dasselbe machen oder wird es einfach auf die anderen verteilt? Also alle diese Nebeneffekte, die auch dazu führen, dass unter den Beschäftigten manchmal böses Blut herrscht, das muss mitgemacht werden. Die Konzeption muss auch sagen, was passiert bei Verringerungen, was passiert bei Erhöhungen, werden Arbeitsvolumen zur Verfügung gestellt und wer hat zuerst Zugriff darauf? Und diese Nebenwirkungen mitzuerfassen, das können die Einzelnen gar nicht. Aber nach unserer Konzeption geht das. Und nochmal, ich betone, wir haben ja kaum mehr Regelungen neben dem Entgelt im Tarifvertrag und Betriebsvereinbarung zur Arbeitszeit. Und deswegen brauchen wir die natürlich, die Akteurinnen, die da auftreten. Aber wenn das Gesetz diese Verpflichtung schafft, haben die eine völlig andere Verhandlungsposition. Das heißt, die müssen nicht überlegen, sind wir dafür streikfähig. Sind sie ja oft, wie die IG Metall bewiesen hat, aber nicht immer und sagen wir, nicht mal in der Mehrheit, wenn es um Frauenrechte geht. Dann sitzen sie aber völlig anders da. Weil die sagen, also das musst du ja schon mal machen. Und nur reden wir nicht mehr über das Ob, sondern über das Wie. Und ich glaube, das wäre ein wirklicher Fortschritt, der diesen Bereich der Arbeitszeit, der so besonders belastend gestaltet ist für Frauen, dass der endlich angepackt wird. Ja, danke. Das passt zu dem, was hier vorher auch schon ganz intensiv diskutiert wurde. Ich finde es übrigens sehr positiv, dass tatsächlich die Kollegin von Verdi hat es angesprochen, da gerade gestreikt wird für das Entlastungsthema. Das hätte ich sie eigentlich gerne noch gefragt, ob da auch sozusagen die Unterstützung der Gesellschaft oder der Blick auf die systemrelevanten Berufe da empowert hat. Aber nicht immer sind die kollektiven Strukturen da. Vielleicht kannst du, Katja, noch mal zu diesem Arbeitszeitthema, da ist ja zu Recht auch schon der Arbeitsschutz angesprochen worden, als wichtiger Aspekt was sagen. Und auch noch mal den Aspekt beleuchten. Heide hat angesprochen, wir haben oft Betriebsvereinbarungen, Tarifverträge zur Arbeitszeit. Aber Frauen, das wissen wir aus den Daten, sind ja oft in Betrieben, die keinen Betriebsrat haben, die auch nicht tarifgebunden sind. Deswegen der Blick auf die anderen Akteure, die da wichtig sind, um die Durchsetzung dann auch zu verfolgen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was erläutern. Genau. Ja, ich wollte vielleicht nur noch mal kurz vorweg schicken, ich wollte gar kein fünftes Handlungsfeld aufmachen. Ich dachte schon, also ich wollte mich in diesen Handlungsfeldern mit platzieren. Und ich will das jetzt gar nicht irgendwie rechtfertigen, sondern nur noch mal ganz kurz nicht, dass wir uns hier gegenseitig das Leben noch schwerer machen. Genau. Ja, also vielleicht ganz kurz, was Heide Fah eben gesagt hat, dieses Optionen zur Verfügung stellen und die Folgen von Einzelflexibilisierungsmaßnahmen insgesamt mit zu bedenken. Ich glaube, das ist auch gleichstellungsperspektivisch ein Riesenthema. Ich untermale das immer gern mal mit Beispielen, damit man sich schnell plastisch am konkreten Beispiel eine Vorstellung machen kann. Wir haben das im öffentlichen Dienst überall dort, wo wir Sonderbeurlaubungszeiten haben, haben wir natürlich die, sage ich mal, komfortabel ausgestatteten Dauerarbeitsverhältnisse, zum Beispiel in der Justiz, die Beschäftigten, die dann neben Elternzeit auch noch mal einen Sonderurlaub. Macht ja auch Spaß, mit 50 Jahren vielleicht doch noch mal ein halbes Jahr Sabbatical oder sowas einzulegen. Hätte ich super gerne. Das Problem ist nur, wenn solche Gestaltungsoptionen dann zu Lasten anderer gehen, weil der Arbeitgeber in diesem Fall, zum Beispiel Justiz NRW nehme ich mal, weil es da viele Fälle bis zum EuGH gab, weil der dann diese Vertretungsbedarfe immer nur befristet absichert. Und schon haben wir ein Problem bei dann die komfortable Situation der einen Frau auf Kosten der anderen, meist junge Frauen. Und schon haben wir ein Dilemma bei der Gleichstellung, wohin verschiebe ich denn meinen Kinderwunsch, wenn ich am Anfang so prekär starte. Und deshalb ist euer Modell in dieser Ganzheitlichkeit auch so gut, weil es die Dinge auch von der individuellen Ebene auf die kollektive Verteilung auch bringt. Und zur Arbeitszeit auch da das Optionen zur Verfügung stellen. Also ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, das werde ich in irgendeiner Veröffentlichung unterbringen. Ich finde, es braucht immer diese Begriffe. Diese, auch schon Wahlarbeitszeit, finde ich, ist ein ganz starker Begriff, weil wir eben mit dem, und da müssen wir auch zum Beispiel das BMF SFJ abholen, die sind noch relativ fokussiert auf öffentliche Kinderbetreuung und auf Freistellung und vielleicht Teilzeit während der Elternzeit oder Pflegezeit. Das greift zu kurz, weil wir haben dazwischen in unseren, wie lange gehen wir arbeiten? 35 Jahre. In dieser Lebensphase, wir haben andere immer wieder fluide, sich verändernde Bedarfe. Und das muss im Arbeitsrecht umgesetzt werden. Und dazu müssen Human Resources, Betriebsräte, Tarifvertragsparteien, dazu müssen alle eine Idee haben, eine Vorstellung haben, damit es ein ganzheitliches Konzept wird. Weil allein mit diesem alten Begriff Weisungsrecht und ins Ermessen gestellt, da steht ja nicht mal drin in der Gewerbeordnung, dass der Arbeitgeber Familie berücksichtigen muss. Das muss man sich vorstellen. Das steht nicht im einfach geschriebenen Gesetz. Und dann hätte man nämlich auch mehr die Väter mit drin. Und das ist nämlich nach meiner persönlichen Erfahrung auch ein Riesenproblem. Am Ende laufen wir über die Statistiken, dass wir sagen, die Frauen sind benachteiligt. Wir werden so lange benachteiligt bleiben, wie unsere Männer sich nicht über mittelbare Geschlechterdiskriminierung auf progressive Schritte berufen können. Ja, danke. Also ich denke, dieses Argumentieren mit Optionen, genau wie du gesagt hast, da kann man Verbündete auch auf der anderen Seite der Macht sozusagen womöglich finden. Und ich finde die Option-Variante, die ja auch schon im Entwurf für das Wahlarbeitszeitgesetz auch ein Vorschlag aus der Kommission des DJB gemacht wurde, unheimlich wichtig, um dieser Debatte um Zeitautonomie, die gerade, das ist jetzt schon ein bisschen Vorgriff auf das politische Panel gleich, also man muss sich vor Augen führen, dass die Arbeitszeitdebatte, da wird unter Autonomie verstanden, Ruhezeiten abzuschaffen, damit quasi rund um die Uhr gearbeitet werden muss, damit man morgens Kinder, nachmittags Kinder und mittags und nachts arbeiten kann und dem sozusagen etwas entgegenzusetzen, was echte Autonomie sozusagen beinhaltet. Das finde ich bei dem Arbeitszeitthema einen unheimlich wichtigen Aspekt und freue mich sehr, dann nachher nachzufragen, auch bei dem politischen Podium, ob es UnterstützerInnen für diese Idee gibt. Ein anderes großes Thema, um das nochmal als zweites Beispiel für ein Handlungsfeld aufzumachen oder für ein konkretes Beispiel, wie das umgesetzt werden kann, dieses Konzept. Bettina Kuhrausch hat eben gesagt, sie geht davon aus, dass durch die Krise sich die Entgeltungleichheit wahrscheinlich nochmal weiter verschärft hat. Wenn wir jetzt also auf das Thema Entgeltgleichheit gucken, wie müssen wir uns, wenn es diese Konzeption gäbe, vorstellen, was dann in einem Betrieb möglich wäre, um das zu nutzen, um Entgeltgleichheit herzustellen? Für dich, liebe Isabel, ist die Frage, genau. Genau, ich kann mich auch nur anschließen, auch nochmal zu untermauern, aber auch vielleicht nochmal hervorzuheben, dass, obwohl wir diesen kollektivrechtlichen Zugang oder prozentualen Zugang haben, es doch auf individuelle Ermächtigungen ankommt. Also das heißt, wenn wir diese Hürde Wettbewerb erstmal übersprungen haben und es nicht mehr möglich ist, dass die Unternehmen das irgendwie ausspielen, sondern das verpflichtend ist und das Label Gleichstellungspolitik erstmal draufsteht, selbst wenn es noch nicht in Perfektion vollendet ist, und wir haben gesprochen von den vielen kleinen Schritten, dann stehen die einzelnen Beschäftigten anders da. Ich kann, das ist das auch, was hinter diesen Optionen ist, ich kann ganz anders auftreten, ganz anders einfordern, ich habe ein ganz anderes Wissen oder einen Wissensanspruch. Und da kommen auch dann diese verschiedenen AkteurInnen in Betracht, die da wirklich für Sensibilität vor Ort, bei den Betroffenen selbst, bei den ArbeitgeberInnen sorgen können, dass das Thema eben auf der Tagesordnung ist, selbst wenn es immer ein langes Ringen sein wird, die einzelnen Punkte durchzusetzen. Und in Bezug auf Entgeltgleichheit ist es eben dieser, erst mal so, wir wollen Entgeltgerechtigkeit, ein sehr großer Begriff, aber wenn man sich anschaut, was ist eigentlich notwendig auf dem Weg, oder wir müssen uns auf den Weg dahin machen, also dann ist es eben so, dass wir nicht an den einzelnen Entgelten ansetzen, sondern dass es um ein geschlechtergerechtes Entgeltsystem geht und dass es darum geht, Verfahren zu schaffen, die das ermöglichen. Und dazu gehört natürlich, und das ist dieser spezifische Blick dieses Gesetzesvorschlags, dass die Unternehmen erst mal wirklich ihre eigenen Probleme auf den Tisch legen müssen. Also es geht nicht um dieses Pauschale, was könnte sein, sondern es muss jedes Unternehmen für sich in der Bestandsaufnahme ermitteln, erst mal die Entgeltpraxis, was ist das spezifische Gender Pay Gap, was sind die internen Gründe, also dann in der Analyse, wenn wir auf diesen verschiedenen Stufen bleiben. Und auf dieser Stufe kann es schon angezeigt sein, auch wieder Sachverstand einzufordern oder auch das verpflichtend zu machen, dass gerade kleinere Unternehmen externen Sachverstand, gleichstellungspolitischen Sachverstand mit ins Boot holen, die beraten können, die bei so anspruchsvollen Konzepten wie gleichwertige Tätigkeit, auch gerade in Bezug auf digitale Transformationen, ist das ein Riesenthema, auf Frauenbranchen ist es ein Konzept, das erst mal durchdrungen werden muss. Und genau, sich damit auseinanderzusetzen, möglicherweise auch wieder mit Hilfe von digitalen Tools, Arbeitsbewertungssystemen, das ist ein großer Vorteil, dass man einfach Licht ins Dunkel bringt und dann dieses Licht auch in den Betrieb bringt. Also wir haben gesagt, die Entgeltberichte müssen in die Werkhallen aufgehängt werden. Es muss allen deutlich sein, was Sache ist. Und es muss nachvollziehbar und dann auch in der Folge einforderbar sein. Und genau, das ist, glaube ich, das. Und dann kommen die Kollektivakteuren ins Spiel, die sich darauf setzen. Aber das ist, glaube ich, wichtig. Katja, ich wollte dich nochmal nach deiner Meinung zu diesem Entgeltgleichheitsthema fragen im Anschluss. Danke, Isabel, erstmal für die Erläuterung. Also Entgelt ist wichtig. Und sich bei dem, wo man es quasi schwarz auf weiß sieht, hinten angestellt zu fühlen, also Diskriminierung haben ja auch psychologisch schwere Wirkungen. Also es macht was mit uns, wenn wir uns immer auf dem Papier schon hinten angestellt fühlen oder wenn es dann im privaten Haushalt. Also allein das, was wir jetzt beim Kurzarbeitergeld auch gehört haben, die Bemessung am Nettolohn und dann Steuerklassen, das sind doch super spannende Themen. Und ich will es mal, Entgelt, mal weg vom Entgelttransparenzgesetz. Und vielleicht, also es hängt mit eurem Thema oder mit dem Thema ganz sicher zusammen, Mutterschutz, mal vielleicht noch als ein ganz originäres Frauenthema kurz noch mit einbringen. Da haben wir letztlich, da laufen quasi Mutterschutz, laufen alle Perspektiven zusammen. Da läuft der gendergerechte Arbeitsschutz auf, da läuft aber auch die Diskriminierung in Bezug auf Erwerbsteilhabe, spielt eine Rolle. Werde ich, weil den Menschen nichts Besseres einfällt, einfach mit wachsendem Bauch von der Arbeit ausgeschlossen? Oder findet man kluge Gestaltungskonzepte, weil man die Arbeitsplätze anpasst? Und der dritte Punkt ist Entgelt. Und da haben wir jetzt gerade in der Evaluation des reformierten Mutterschutzgesetzes festgestellt. Und da kommt auch wieder schön, also wird mir euer Konzept wieder so bewusst, wie wichtig das ist. Da kommt der Blick auf die Krankenkassen, weil die die Umlage für das Entgelt bei Beschäftigungsverboten verwalten. Und wenn diese Akteure, und das sind finanzkräftige Akteure, wenn die keine Idee von gestaltendem Mutterschutz haben, dann beraten die die Unternehmen dort, die Personalabteilung, beziehungsweise direkt die Lohnbuchabteilung, beraten die die einfach im einfachsten Stil. Schickt die Frau nach Hause, ihr bekommt die voll, ich rede mal salopp, ihr bekommt die volle Umlage. Das ist das Beste, was euch passieren kann. Unter, ich mache es mir leicht, Gesichtspunkten. Ist aber jetzt eine Frau oder irgendwo auch jemand im Betrieb, der mitdenkt, und zwar gleichstellungspolitisch mitdenkt, dabei, der sagt dann, Pass auf, wenn du jetzt ausfällst, dann entgeht dir, was weiß ich, vielleicht diese Qualifikation, es entgeht dir die Bewährung, das sind Möglichkeiten auch im Aufstieg, Zugewinn von Qualifikationen. Wir sind gerade intensiv im Austausch mit den Ärztinnen, bei denen es ja lange um Weiterbildung, um Punkte sammeln geht. Und das wirkt sich auch irgendwann in der Entgeltentwicklung aus. Also das heißt, wir brauchen eigentlich ganz viele, die mitdenken und schauen, wo führen welche Weichenstellungen, gehe ich den oder den Weg, wo führen die dann zurückschritten langfristig im Entgelt. Also die Lebensverlaufsperspektive, die schon im ersten Gleichstellungsbericht, glaube ich, entwickelt worden ist. Das ist quasi das, was wir ja auch jetzt auch hier mit dem Gesetzesentwurf von euch sozusagen immer weiter voranbringen müssen. Ich wollte nicht ausweichen, sondern ich wollte es einfach noch ein bisschen weitergeben. Es ist nur mal das Feld so groß, wie es ist. Ich hätte jetzt sogar noch eine weitere Ergänzung aufgemacht nach den Digitalisierungsdebatten. Auch da werden es ja Behörden sein, wenn wir uns den Entwurf für den KI-Act, also die Europäische Verordnung für Künstliche Intelligenz anschauen. Da werden es auch Behörden sein, die letztlich die entscheidenden Überwachungsfunktion einnehmen. Was, wenn da keine Genderkompetenz vorhanden ist bei all den Diskriminierungsrisiken, von denen wir wissen, dass sie gerade im Bereich Künstliche Intelligenz definitiv da sind. Aber ich wollte gerne Heide auch noch mal das Wort geben zum Entgeltthema. Ich finde es ganz wichtig, auch diesen Hinweis von Katja und auch von Isabel, dass wir Expertinnenwissen in den Unternehmen und Betrieben brauchen. Und wenn es dieses Gesetz gäbe, würden die großen Unternehmen und die gut aufgestellten Unternehmen, denke ich mir, das bei ihnen selbst einrichten oder auch dazukaufen. Und das ist auch gut so. Ich hätte sehr gerne einen Markt, der Bedarf hat, und zwar gut bezahlten Bedarf, an gleichstellungspolitischem Wissen. Also dann sind wir alle gut wieder untergebracht, finde ich sehr richtig. Aber wir müssen im Auge haben, dass das nicht alle Unternehmen leisten können. Also wir müssen deren Ressourcen. Uns ist ganz wichtig in unserer Konzeption, Frauen haben nichts davon, wenn die Unternehmen pleite gehen. Wir wollen eine geschlechtergerechte Unternehmenskultur und nicht etwa keine Unternehmen. Und deswegen müssen wir immer auch im Auge haben, wo müssen wir unterstützen. Und es gibt Unternehmensgrößen oder auch Branchen, wo diese Expertise von außen zur Verfügung gestellt werden muss und zwar bezahlt zur Verfügung gestellt werden muss. Und das heißt, wir behaupten nicht, dass die Gleichstellung kostenneutral ist. Die ist zum Nulltarif nicht zu haben. Nun haben wir ja in der Pandemie auch lernen können, dass für vieles wirklich viel Geld da ist. Und ich finde, für den Verfassungsauftrag der Gleichstellung darf das ruhig auch mal passieren. Wohlgemerkt, es wird sich auszahlen. Da bin ich auch ganz sicher. Ja, also zurzeit diskutieren wir jetzt über Fachkräftemangel. Ja, wenn ihr doch endlich die Frauen besser behandelt, dass die nicht in ihren Teilzeitfallen sitzen. Wenn ihr endlich das Ehegattensplitting abschafft und diese Minijobs, dann werden wir etwas weniger Fachkräftemangel haben. Und zwar mit wunderbaren Fachkräften, nämlich weiblichen. Also, ja, es kostet was, aber es lohnt sich auch. Und wenn es sich nicht lohnt, dann müsste es trotzdem sein, weil es steht in der Verfassung. Ich denke, das ist ein Schlusswort, das wir genau so stehen lassen können. Herzlichen Dank an euch alle. Ich glaube, wir könnten sehr gut noch zwei weitere Stunden diskutieren, uns erklären lassen, wie das funktionieren soll. Und wir freuen uns sicherlich auch, gleich auf dem nächsten Podium nachzufragen, wie denn die Politik gedenkt, all diese Baustellen anzugehen und mit diesen guten Ideen umzugehen. Wir werden sicherlich mit Fragen zurückkommen. Jetzt sind wieder zehn Minuten Pause und danach übernimmt hier wieder Julia Kropf das Ruder. Herzlichen Dank.